Musik Manche sagen, die wichtigen Dinge entstehen durch die Liebe zum kleinsten Detail. Denn im Detail steckt die Chance für etwas wirklich Großes. Andere meinen, Erfolg ist das Ergebnis von gezielter Entfaltung von Kraft und genaue Einteilung von Ressourcen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ein Ziel kann man nur durch Ausdauer, harte Arbeit, Schnelligkeit und ungebrochene Leidenschaft erreichen. All dem stimmen wir völlig zu. Aber es hat mehr gebraucht, um in drei Generationen zu einem bedeutenden Bau- und Rohstoffunternehmen zu werden. Dazu gehört besondere Verantwortung, zum Beispiel unserer Umwelt gegenüber. Und wir nehmen diese Verantwortung ernst, um in den Bereichen Rohstoff-, Bau- und Umwelttechnik erfolgreich sein zu können. Keiner sagt, dass so etwas leicht ist. Denn vieles davon scheint unüberwindbar. Aber unsere Devise lautet, geht nicht, gibt's nicht. Wie sollte man auch auf einem einfachen Weg über sich hinauswachsen und andere inspirieren kann? Neue Wege gehen wir nicht nur für uns selbst, sondern vor allem für andere. Für uns alle. Und viele Projekte realisieren wir vor allem, weil wir an die nächsten Generationen denken. Wir arbeiten mit den Schätzen unserer Natur. Da ist es für uns selbstverständlich, nicht nur über die Zukunft nachzudenken, sondern diese nachhaltig zu gestalten. Um unserem Maßstab gerecht zu werden, verwirklichen wir vieles firmenintern. Egal ob Standort- und Projektentwicklung, Qualitätssicherung, Logistik, Anlagenbau oder Instandhaltung. Und das an allen unseren Standorten für all unsere Unternehmen. Um verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln, braucht man die besten Mitarbeiter. Die nach innovativen Lösungen und Produkten suchen. Mitarbeiter, die zusammenhalten. Und die Vielfalt der Möglichkeiten im Unternehmen lieben. Mitarbeiter, die sich gegenseitig vertrauen und gemeinsam an unseren Visionen arbeiten. Mitarbeiter, auf die wir stolz sind. Wir bewegen nachhaltig. Bernecker Bernecker Bernecker